Morgen geht es nach Äthiopien. Was macht ein bayerischer Ministerpräsident in Äthiopien, werden viele fragen. Nun, es ist ein neues Kapitel der bayerischen Politik. Wir wollen Afrikapolitik machen. Warum? Weil es unsere wichtigsten und nächsten Nachbarn sind. Und weil es darauf ankommt, ein besseres Verhältnis zu haben, Fluchtursachen zu bekämpfen, wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern und Entwicklungshilfe auf ein anderes Niveau zu heben. Das ist der Hintergrund, der Zusammenhang dieser Reise. Normalerweise wäre der Ministerpräsident USA, China oder möglicherweise auch nach Russland. Wir setzen mit meiner ersten großen Reise ein bewusstes Signal für Afrika. Wir werden dort ein Afrika-Büro eröffnen, um wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern. Wir werden eine Reihe von Entwicklungshilfeprojekten voranbringen, um Kindern, Schülern eine neue und bessere Ausbildungsmöglichkeit zu entwickeln. Wir versuchen Fair Trade zu machen mit Unternehmen hier, Unternehmen in Äthiopien, die eine bessere Möglichkeit auch der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bringen. Und wir werden auch gemeinsame ökologische Projekte auf den Weg bringen. All das ist das, was die nächsten Tage in Äthiopien passiert. Ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt. Ich war selbst schon privat öfters in Afrika, noch nie in Äthiopien. Es ist ein Land, das im Reformprozess ist. Deswegen auch ein spannendes Land, ein toller Besuch. Ich bin auch sehr gespannt, wie es wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie es wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie es wird. Ich bin auch sehr.